Sonst willkommen zur Emton Vorlesung Gaben und Logik. Auf dem Programm stehen folgende Dinge. Erstens bei Sieten, da fehlen ja noch die Axome, die werden jetzt nachgereicht. Außerdem möchte ich noch mal zwei, drei Beispiele für Sieten geben und da ein bisschen langsamer noch mal einführen als das letzte Mal. Das war sehr gehetzt. Und dann kommen wir direkt zur internen Sprache von Top Boy. Also ab nach der heutigen Vorlesung könnt ihr auf eigene Faust mathematisch-altertiv-Universen neben dem Realisierbarkeits-Universum, was ihr schon kennt, erkunden. Hier steht schon das 0. Axiom dran. Aber bevor ich jetzt weiterschreibe, um das zum einen zu erklären und zum anderen noch Axiom Nummer 1 und Axiom Nummer 2 dazusetze, noch mal kurz die Erinnerung an die drei wesentlichen Unterschiede zwischen topologischen Räumen, Örtlichkeiten und Sieten, damit man sich was darunter vorstellen kann. Ich möchte kurz für jedes dieser Konzepte aufschreiben, was ganz wesentlich für diese Konzepte sind. Das Wesentlichste für topologische Räume sind sicherlich die Punkte, aus denen ein topologischer Raum besteht. Das ist aber nicht das einzig Wesentliche. Es gibt auch noch die offenen Mengen. Und dann ist noch eine dritte Sache wichtig, nämlich die Überdeckungsinformation. Damit meine ich die Kenntnis, welche offenen Mengen welche anderen offenen Mengen überdecken. Das muss man beim topologischen Raum nicht separat angeben, denn das folgt einfach aus Mengenlehre. Offene Mengen sind ja Mengen von Punkten und ich schaue halt, ob irgendwelche Vereinigungen von offenen Mengen zuvielweise eine andere offene Menge ergeben. Trotzdem sind die irgendwie wichtig für die Theorie, weil bei ganz vielen Konzepten, die mit topologischen Räumen zusammenhängen, zum Beispiel Kompaktheit, da geht es um Überdeckungen. Dann gibt es Örtlichkeiten. Da spielen Punkte keine Rolle mehr. Die sind nicht zentral für die Definition. Stattdessen aber offene Mengen und dann sind es aber nicht mehr Mengen, die sind offene Dinge. Und die Überdeckungsinformation, die vorher wichtig war, die ist weiterhin wichtig. Charakteristisch ist beim Schritt von topologischen Räumen zu Örtlichkeiten immer noch Folgendes, dass für je zwei offene Dinge, dass wir einen Wahrheitswert haben, ob ein Ding in einem anderen liegt oder nicht. Lasst uns kurz klassisch sprechen, nur der Einfachheit halber vom Reden her. Dann würde ich sagen, für je zwei offene wissen wir, dass u kleiner gleich wie v ist oder dass das nicht so ist. Jedenfalls, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie u und v miteinander in Beziehung stehen können. Entweder liegt das eine in dem anderen drin oder nicht. Bei Sieten wird das noch aufgelöst. Statt offener Dinge würde ich jetzt sowas sagen wie nur noch Dinge. Das ist sehr nobelös. Ich meine damit die Objekte von dem Situs, die Großus von der rechten Tafel. Und die Überdeckungsinformationen, die sind immer noch wichtig. Die werden hier jetzt sogar besonders prominent, weil sie sich nicht mehr zurück, weil sie sich nicht mehr rekonstruieren lassen aus den Dingen selbst. Und das besondere ist jetzt, wenn wir zwei Dinge haben, Groß U und Groß V, dann können die in ganz, ganz vielerlei Arten und von Verhältnissen zueinander stehen. Es könnte nämlich gar keinen Morphismus von U nach V geben oder es könnte einen Morphismus von U nach V geben oder zwei oder drei oder beliebig viele. Und diese Morphismen ließen sich eventuell mit anderen Morphismen komponieren und so weiter und geben eben Anlass zu einer ganzen Kategorie. Also bei Örtlichkeiten wie auch bei topologischen Räumen war es so, dass je zwei offene Dinge oder Mengen entweder ineinander enthalten waren oder nicht. Und das war alles, was man dazu sagen konnte. Bei Sieten dagegen gibt es jetzt viele Möglichkeiten, wie ein Ding enthalten sein kann in einem anderen. Ich stelle mir so ein Pfeil vor in einem Situs als eine Angabe, inwiefern U in V enthalten ist. Und das kann jetzt aber auf verschiedene Arten Weisen sein. Wozu wurden Sieten erfunden? Die wurden ursprünglich nicht erfunden, um irgendwie Logik zu betreiben, um mathematische Alternativuniversen zu erkunden oder so. Das kam erst später, etwa zehn Jahre später. Sondern die hat Grotendieck erfunden mit einem ganz, ganz konkreten Ziel, nämlich Kumulogie betreiben zu können für Schemata. Er wusste nämlich folgendes. Erstens, Kumulogie-Theorien sind geil. Er kannte die schon aus der Differenzialbimitrie. Da kann man unzählige Probleme formulieren und lösen mit Kumulogie. Zweitens, Kumulogie, wie man sie damals kannte, funktioniert nicht gut für Schemata, weil es viel zu wenig offene Mengen gibt. Zum Beispiel Kumulogie mit konstanten Koeffizienten z. Etwas, was man häufig macht in der Differenzialbimitrie, ist in der Chemie-Theorie fast immer komplett langweilig. Auf jedem irreduziblen Schemata verschwindet die Kumulogie ab Grad 1 mit Koeffizienten in Konstant z oder Konstant q oder Konstant r oder sowas. Deswegen braucht er was Neues. Und so hat er erfunden, er hat nicht mehr die Zariski-Topologie verwendet, die man normalerweise auf dem Schema hat, sondern die sogenannte Itale-Topologie. Mit der ist dann alles geil. Nur die Itale-Topologie ist keine Topologie, wie man es in der Topo 1 lernt, sondern ist nur noch ein Situs. Und da war eben ganz fundamental, dass er verallgemeinert von dieser Situation, U und V können enthalten sein oder nicht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie U als Teil von V angesehen werden kann. Die Axiome ansonsten aber für den Situs, die sind dann wieder sehr inspiriert von der topologischen Situation. Und das erkennt man am besten an den Axiomen 1 und 2, die jetzt gleich kommen. Die nehme ich mal vorweg, bevor wir Axiomen 0 durchgehen. Axiom 1 sagt aus, für jedes Objekt in C ist zumindest mal folgende Menge von Morphismen nach U hinein, eine Überdeckung von U. Identität auf U. Bei Örtlichkeiten drückt das anschaulich aus, dass man jedes Offene überdecken kann durch sich selbst. Also in kleinen U kann ich schreiben als große Distinktion über eine einelementige Menge. Und zwar tue ich halt da das eine U nehmen. Das drückt das aus. Und dann noch Axiom Nummer 2. Ich schreibe das zunächst mal in einer Form auf, die man gut verwenden kann, wenn man das Ausfallaxiom zur Verfügung hat. Dann streiche ich es durch und dann schreibe ich eine Formulierung hin, die uns hilft. Denn wir wollen auch in unserer Meta-Theorie, soweit es geht, immer konstruktiv bleiben. Wenn ihr sonst in Topos-Theorie-Lehrbücher schaut, da ist es manchmal so, dass auch die interne Sprache und so weiter präsentiert wird, aber in einer klassischen Meta-Theorie. Das ist nicht super zufriedenstellend, weil dann können wir das, was wir da machen, nicht später intern in Topoi veranstalten. Deswegen ist es gut, auf Konstruktivität zu achten und dann ist es aber schlecht, das Axiom so zu formulieren, wie ich es jetzt zunächst formulieren werde. Sei für U in C eine Überdeckung, bestehend aus ganz vielen Morphismen Ui nach U, genannt Fi, gegeben. Sei für jedes I eine Überdeckung Uij nach Ui durch irgendwelche Gijs gegeben. Dadurch, dass es eine Überdeckung ist, heißt einfach nur, dass es ein Element ist von Kof von Ui. Jeder Situs darf sich selbst raussuchen, was seine Überdeckung sein soll. Sei jeweils das da gegeben und dann ist die Aussage, dass dann auch dies und jenes eine Überdeckung von U ist. Dann gilt, das sei das Axiom, die Gesamtheit von diesen Kompositionen. I und J läuft alles durch. Hier steht Gij, hier steht Fi. Das soll auch wieder eine Überdeckung von U sein. Was drückt, drückt das anschaulich aus? Das sagt, wenn U überdeckt ist durch irgendwelche Uis und wenn jedes einzelne Ui überdeckt ist durch irgendwelche Uij, hier läuft der Index J, da läuft der Index I und die Indexmenge, die J durchläuft, darf von I abhängen. Dann können wir U auch schreiben als das da, wobei jetzt I und J beide laufen. Das drückt das aus, ja, nur in kategorieller Sprache. Und das formulieren wir jetzt aber noch ein bisschen anders, nämlich wie folgt. Also das kommt wieder weg. Ich erkläre auch gleich, warum wir es weglassen. Für alle U aus C, für alle Objekte und für alle Mengen L von Morphismen mit Ziel U. Also für jede Menge, die zumindest mal die Chance haben könnte, eine Überdeckung von U zu sein. So, und für alle echten Überdeckungen von U soll folgendes gelten. Falls für jeden Morphismus, der in dieser Überdeckung M enthalten ist, gilt, dass jeweils irgendeine Überdeckung N existiert. Von wo auch immer F startet, F ist ja ein Morphismus nach U und der hat irgendeine Quelle, das ist die Domain von F und die steht hier. Falls es da immer der Fall ist, dass N prä F eine Teilmenge von L ist, dann soll eine Überdeckung P von U existieren, die eine Teilmenge von L ist. Also gehen wir die beiden Axiomen durch, klären dann, warum dieses Axiom für uns nicht gut ist. Also das obere Axiom, das ist eine sehr wörtliche Übersetzung von dem, was ich hier in Anführungszeichen hingeschrieben hatte, was man für Örtlichkeiten nun mal hat. Wenn man eine Überdeckung von U hat durch UIs und für jedes I jeweils eine Überdeckung durch irgendwelche UIJs, dann soll die Komposition eine Überdeckung von U abgeben. Klingt vernünftig. Es gibt nur ein Problem dabei, wenn wir nicht das Ausfallaxiom zur Verfügung haben. Und tatsächlich ist das ein Problem, was es auch schon hier an der Stelle gibt, bei Örtlichkeiten. Nämlich die Voraussetzung von diesem Axiom, also das, was in der oberen Zeile steht, die ist ohne das Ausfallaxiom nur ganz selten erfüllbar. Sodass uns das Axiom wenig bringt, weil wir es ganz selten nur einsetzen können. Das Problem ist hier, weil es halt verlangt, dass für jedes I jeweils eine so eine Überdeckung gegeben ist. Gegeben auf mathematisch heißt, dass eine Funktion gegeben ist von der Menge der kleinen Is, also dieser Indexmenge Groß-I, in die Menge aller solcher Kandidaten davon. Und diese Funktion würde halt jedem kleinen I konkret eine solche Überdeckung zuordnen. In der Situation, wo wir das aber anwenden werden später, haben wir nicht den Luxus, dass wir für jedes I wirklich ganz genau sagen können, die und die Überdeckung ist es. Sondern wir werden nur haben können, dass wir zu jedem I so eine Überdeckung finden. Eventuell aber auch mehrere, nicht eindeutig. Und jetzt bräuchten wir das Ausfallaxiom, um aus den mehreren gleich guten Kandidaten je einen auszuwählen, sodass da wirklich für jedes I so eine Überdeckung gegeben ist. Haben wir aber nicht zur Verfügung. Und deswegen formulieren wir es anders. Die Idee, wie wir es anders formulieren, bei zweitens ist wie folgt. Wir sagen, okay, für jedes U, wie auch hier. Und dann auch für jede Überdeckung von U, wie auch dort. Aber jetzt müssen wir irgendwie formulieren, was dann überhaupt eine gute Überdeckung sein soll, die uns das Axiom dann liefert. Und das machen wir, indem wir uns so eine Menge L vorgeben, von Morphismen mit Ziel U. Und die Idee ist, dass L irgendwie eine Menge enthält von genau solchen Morphismen, nach U hinein, sodass für jeden dieser Morphismen nach U hinein irgendetwas wissen, mit dem wir weitermachen können. Das wird sich dann aus der Anwendung ergeben. Werdet ihr gleich sehen, was dann konkret das L sein könnte. Okay, und wenn wir jetzt wissen, für jedes F aus der Überdeckung, dass jeweils irgendeine Überdeckung von der Quelle von F existiert, sodass, wenn man diese Konstruktion da macht, dieses Nachschalten mit dem F, dass dann nur lauter gute Morphismen rauskommen, Morphismen, die in L liegen, dann sagt jetzt das Axiom, dass man auf irgendeine Art und Weise die Überdeckung M und die vielen Überdeckungen N, die eventuell nicht auf nicht eindeckerte Art und Weise für jedes F existieren, so kombinieren kann, dass eine Überdeckung P rauskommt, die nur aus guten Morphismen besteht. Das ist ein Standardtrick, um in einer Formulierung, die nur sinnvoll ist, wenn das Ausfallaxiom zu 5 steht, die so umzuschreiben, dass man das Ausfallaxiom nicht mehr braucht. Den haben wir angesetzt. So, und was sagt jetzt das 0. Axiom aus? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, danke sehr. Richtig, sonst ist es Quatsch. Danke. So, Lukas. Das soll Folgendes ausdrücken. Wenn wir sagen, sei U irgendwie überdeckt durch UIs und sei V irgendein kleineres Teil von U, dann können wir auch V überdecken, nämlich indem wir all die UIs mit V runterschneiden. Das drückt Axiom mal 0 aus. Dieses Folgendes, was hier steht, ist einfach korrekt für Örtlichkeiten. Und wir wollen halt das jetzt irgendwie übertragen hin für zu Siten. Und wir wollen sehr, sehr allgemein sein. Und deswegen ist das jetzt wie folgt formuliert. Schauen wir mal, ob wir die Analogie verstehen. Also für jedes Ding, für jedes U. Und für jede Überdeckung von diesem U. Und für jede Art und Weise, wie irgendein anderes Objekt V als Teil angesehen werden kann von U. Gibt es jeweils irgendeine neue Überdeckung von V? Sodass, und jetzt kommt doch irgendwie etwas, was ausdrückt, dass diese neue Überdeckung von V was zu tun hat mit der gegebenen. Für jeder Morphismus, der in der neuen Überdeckung, der Teil der neuen Überdeckung ist, für jedes so ein G, und ich habe da oben ein Punkt hin gemacht, weil ich nicht weiß, wie die Quelle heißt, und ich wollte nicht DOM von G schreiben. Für jeden Morphismus, der Teil der Überdeckung N ist, soll jeweils irgendein Morphismus geben, der Teil der Überdeckung von dem U war. Quasi für jedes Mitglied von diesem Join soll es auch irgendeinen Index I von der alten Überdeckung geben. Sodass irgendein K existiert von links oben nach rechts oben. Sodass dieses Diagramm hier kommutiert. Sodass dieses G hier nur noch mal ein kleinerer Teil ist. Oder wenn wir erst G gehen und dann P, dann soll das nur ein kleinerer Teil sein, oder soll das dasselbe sein wie das da. Und das dann drückt dann eben aus, dass diese Möglichkeit hier, den Punkt da oben als Teil von U anzusehen, nur eine Submöglichkeit ist, von der dieses Teil als Teil von U anzusehen für WGF. Falls die Kategorie CE Faserprodukte hat, könnte man das Axiom vereinfachen und hier oben einfach das Faserprodukt hinschreiben, von dem Objekt mit dem Objekt über U. Und das Faserprodukt wäre dann eine sehr wörtliche Übersetzung von dem Wedge, was hier vorkommt. Aber wir wollen es eben allgemeiner machen und deswegen steht es so dran. Es ist am besten, das Axiom dadurch auf sich wirken zu lassen, indem man es einfach mal verwendet. Und das werden wir dann eben gleich sehen. Wie ist die Stimmung mit den Axiomen? Ja, bitte. Also von zweiter Axiom, so wie du es jetzt hingeschrieben hast, ist es in den Örtlichkeiten erfüllt? Ja, genau. Also wenn ich aus einer Örtlichkeit in den Situs mache, indem ich das Rezept vom letzten Mal verwende, was ich vielleicht gleich nochmal hinschreibe, dann wird das Axiom Nummer 1, 2 und auch 0 werden alle erfüllt sein. Ich schreibe euch vielleicht nochmal die wichtigsten Bezugsquellen für Siegten hin. Dann haben wir das auch übersichtlich einfach dran stehen. Sei x eine Örtlichkeit. Möglicherweise die Örtlichkeit, die von dem topologischen Raum herkommt. Und dann ist man wirklich sehr, sehr mainstream. Sei x eine Örtlichkeit. Dann gibt es den indizierten Situs U, U, V von x. Der hat als Objekte, das ist eine Kategorie, ihr müsst prinzipiell das Beispiel nicht mitschreiben, weil es das letzte Mal schon kam. Der hat als Objekte alle die offenen von x. Morphismen sind folgende. Morphismus von V nach U. Da soll es genau einen geben, falls V ein Teil ist von U. Und die Bedeckung sieht so aus, die Überdeckungen von irgendeinem offenen U sollen all diejenigen Mengen m sein. m Menge von Morphismen mit Ziel U, sodass, wenn man den Join bildet, über all die Quellen von den Morphismen, die in m drin sind, dass dann genau U rauskommt. Und mit dieser Setzung sind Axiome 0, 1, 2 erfüllt. Axiom 1 ist deswegen erfüllt, weil wir halt, also wenn ich behaupte, dass das eine Überdeckung von U ist, muss ich halt nachprüfen, dass wenn ich all die Quellen von all den Morphismen hier drin, also nur U, nehme und das Join davon bilde, dass dann wieder U rauskommt. Und das ist in der Tat der Fall. Also das ist eine Bezugsquelle für Sieten und auch eine ganz, ganz wichtige. Dann gibt es nochmal eine zweite. 2c, eine beliebige Kategorie. Eine beliebige kleine Kategorie, sollte ich sagen, weil bei uns Sieten kleine Kategorien waren. Ist aber nicht wahnsinnig wichtig. Je nachdem. Also es ist extrem wichtig, weil sonst eventuell, weil ich Bottom ableiten kann. Ja, weil ich die Russell-Cytonymie einbauen kann. Aber es ist nicht topos-theoretisch wichtig, sondern mengen-theoretisch wichtig. Das ist eine andere Art von Wichtigkeit. Ich erzähle eine beliebige kleine Kategorie. Dann wird C wie folgt zu einem Situs. Eine Kategorie ist es ja schon, also müssen wir nur noch die Bedeckungen angeben. äh, die Bedeckung angeben. Und da sagen wir, die Überdeckung von U, davon soll es ganz genau eine geben, nämlich die, die nur die Identität auf U enthält. eine völlig triviale Art und Weise, eine Kategorie zu einem Situs zu machen. Die drei Axiome 0, 1, 2 sind dann trivialerweise erfüllt. Wenn ihr das euch durchdenkt, werdet ihr sehen, da gibt es jeweils nichts zu zeigen. mit dieser Bedeckung mit dieser Bedeckung ist jeder Funktor von C ob nach set automatisch, ohne dass er was dafür tun müsste, eine Garbe. Das ist also einfach eine Möglichkeit, um, wenn man einfach über beliebige Funktoren sprechen möchte, wie man das reinbringen kann in dieses Korsett von Sieten, wo man halt immer ein Gabenaxiom fordert. So, und noch eine ganz wichtige Bezugsquelle sind syntaktische Sieten, zu denen später mehr, aber ich will das jetzt hier schon mal aufgeführt haben, damit ihr eine gute Übersicht habt, ist T eine geometrische Theorie. Und zwar anders als früher muss die jetzt nicht mehr unbedingt propositional sein. Das kann jetzt eine Theorie sein, wo auch Sorten, die auch Sorten haben darf und wo dann in den Axiomen auch Existenzquantoren vorkommen dürfen. Universalkantoren sind immer noch nicht erlaubt, Implikationszeichen auch noch nicht. Aber sie muss nicht mehr propositional sein. So gibt es den syntaktischen Situs C Index T, der später genau eingeführt wird. Und jetzt will ich nur noch ein Beispiel bringen. Das ist im Wesentlichen ein Spezialfall sowohl vom ersten wie als vom dritten Beispiel, aber in einer ein bisschen vereinfachten Form. Und ich denke, das wird euch gefallen und dann machen wir die interne Sprache. Beispiel sei A ein Ring. Mit Ring meine ich Kommutativ und mit 1. So, dann wisst ihr doch, weil viele von euch in irgendeinem Sinne algebraische Dimmetrie gehört haben oder algebraische Kurven oder irgendwas bei Maxim oder Mark oder Mark oder wie auch immer. Oder weil ihr einmal auf Wikipedia einfach wart. Dann wisst ihr, dass eine grundlegende Erkenntnis des 20. Jahrhunderts die war, dass man den Ring auch zu einem geometrischen Objekt machen kann. Das heißt dann Speck von A und heißt Spektrum des Rings. Das ist so gemacht, das ist irgendwie ein geometrisches Objekt und das ist auf eine solche Art und Weise gemacht, dass die Elemente von A die Elemente von A dass die als Funktionen aufgefasst werden können. Können als Funktionen auf Speck A aufgefasst werden. Manche von euch wissen, wie man das Spektrum in einer klassischen Vorlesung baut, nämlich als die Menge der Primideale und dann die Statistik-Topologie darauf. Das ist aber auch irrelevant. Funktioniert konstruktiv sowieso nicht. Ich will es ein bisschen überlöser erhalten und dann gleich präziser als Situs einführen. Was meine ich hier mit Funktionen? Also normalerweise verwende ich die Begriffe Funktion und Abbildung synonym. Nicht jedoch in dem Kontext hier und auch generell in der Geometrie ist das nicht unbedingt üblich. Es gibt eine implizite Konnotation, wenn man Funktion sagt statt wenn man Abbildung sagt. Wenn man Abbildung sagt, meint man irgendwie von x nach y. Vielleicht beides Manifaltigkeiten, dann soll die Abbildung glatt sein oder so, aber Quell und Ziel beliebig. Wenn ich Funktion sage, dann meine ich immer, dass das Ziel von der Funktion nicht irgendwas ist, sondern immer irgendwie so ein Zahlbereich, r oder c. Reellwertige oder komplexwertige Funktion. Okay, und die Elemente von A steht jetzt hier, können als Funktionen auf Speck A angefasst werden, also als Abbildung von Speck A in die Menge von Zahlen rein. Nur wird halt die Menge von Zahlen nicht r sein und auch nicht c, weil A irgendein Ring sein kann, der vielleicht mit r und c überhaupt nichts am Hut hat. Und tatsächlich, die einzelnen Funktionswerte von dieser Art von Funktion, die werden an jeder Stelle Elemente in einem ganz anderen Körper annehmen. Also ist schon ein bisschen ein verallgemeinertes Konzept. Jedenfalls, wenn es diese Funktionen eben gibt, wenn ich die Elemente von A als Funktion aufsehen kann, dann kann ich auch offene Teilmengen mir anschauen. Das da wäre jetzt die offene Teilmenge D von F und die stelle ich mir anschaulich vor als der Ort, wo F nicht verschwindet. Ja, wenn F eine Funktion ist, dann kann ich mich fragen, an welchen Stellen ist F 0 und an welchen ist es nicht 0. Und dort, wo es nicht 0 ist, diese Menge, dieses Ding nenne ich D von F. Ich könnte dann auch ein D von G haben. Hier. Und ich könnte einen Überlapp haben. Der Überlapp übrigens, der wäre wieder von der Form D von etwas. Das wäre nämlich D von F mal G. Denn F mal G ist an einer Stelle genau dann nicht 0, wenn sowohl F als auch G nicht 0 sind. Zumindest anschaulich gesprochen, wenn das wirklich realwertige Funktionen zum Beispiel wären. So, und ich möchte jetzt ein Situs definieren, der diese anschauliche Vorstellung kodiert. Das wird jetzt nichts mit Primidealen sein oder so, sondern das wird viel konkreter sein. Das wird nur den Ring A betreffen, nicht auch die Menge seiner Primideale. Dann gibt es folgenden Situs. Wir brauchen einen Namen für den. Ich bin versucht, den Speck A zu nennen. die Objekte sollen sein, das ist ja auch witzig, K wie Situs. Ich bin mal konservativ und nenne das C A, okay? Tut mir leid. die Objekte sollen sein, die Objekte sollen sein, all die Ringelemente. Ich stelle mir die dann vor als Platzhalter für das entsprechende D von F. Platzhalter für D von F. So denke ich über die Objekte von C A. Dann brauchen wir Morphismen. Wir müssen sagen, was die Morphismen von F nach G sein sollen. Das ist jetzt immer noch eine recht vernünftige, normale, bodenständige Art von Raum. Das heißt, entweder gibt es da genau einen Morphismus oder nicht. Ich habe ja diese Vorstellung davon, also entweder ist D von F ein Teil von D von G oder nicht. Allgemein gesprochen habe ich halt einen Wahrheitswert davon. Also es gibt höchstens einen Morphismus und zwar dann und nur dann, wenn, und jetzt würde ich eigentlich Folgendes schreiben wollen, wenn D von F eine Teilmenge von D von G ist. Das kann ich aber nicht schreiben, weil D von F habe ich ja gar nicht formal definiert in diesem Kontext. Ich muss mir kurz algebraisch überlegen, was das denn bedeuten würde, dass D von F eine Teilmenge von D von G wäre, sofern denn D von F und D von G Sinn hätten. Und da kommt man auf Folgendes. F ist ein Element, vom Wurzelradikal, vom G erzeugten Ideal. Das heißt auf Deutsch, es existiert eine natürliche Zahl n größer gleich 0 und irgendein U aus A, so dass F hoch n gleich U mal G ist. Und jetzt ein kleiner Check war, dass diese Bedingung, die jetzt in grün angegeben ist, wirklich es verdient hat, die Formalumschreibung von dieser anschaulichen Bedingung zu sein, sei ein Punkt X gegeben, so dass F von X nicht 0 ist. Sei also ein Punkt X quasi aus D von F gegeben. Gut, also dann ist F von X nicht 0. Dann ist F von X mal F von X mal F von X n mal auch nicht 0. Das heißt, wenn wir in die linke Seite X einsetzen, kommt nicht 0 raus. also ist G von X auch nicht 0, weil 0 mal irgendwas gäbe ja immer 0. Also ist das eine getreue Umsetzung davon. Okay, und dann brauchen wir die Bedeckung und da definieren wir die Überdeckung von einem D von F sollen all diejenigen Mengen sein von Morphismen Menge von Morphismen mit Ziel F. Das ist jetzt aber nichts Hochdrabendes. Das heißt einfach nur, das sind ganz viele Sternchen, wo wir uns jeweils gemerkt haben, dass der ihr Ziel F war. So, das folgende gilt. Wenn man das Ideal baut, welches das Wurzelideal ist, von dem Ideal, was erzeugt wird, von einer großen Familie von Elementen, nämlich für jedes Element aus M jeweils dieses Element, dann soll das genau dieses radikale Ideal sein. Beispiel, sei A konkret K adjongiert oder super konkret C adjongiert XY, dann haben wir zum Beispiel, dass die 1 überdeckt wird von folgender 2 bis ja, oder schauen wir mal, was ich machen will. Ich will hier vielleicht noch was rausteilen, was lokalisieren. Ja, 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 wir machen ein anderes Beispiel. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. bitte. Ja, Perfekt, vielen Dank. G sind ja nur die ganzen Sternchen, ich meine immer ihre Quellen. Danke. sehr adering Z, ja, dann ist folgendes eine Überdeckung von der 1. Warum nicht? Also die 1, die noch die, 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 ach so, ja, ja, da nenne ich das mal, also G sollte wie, also Morphismen in der Kategorie nennt man ja oft G und in M sind Morphismen drin. Deswegen war G nicht ganz falsch. Andererseits habe ich gleichstete G immer so getan, als ob es Elemente von A wären, ne? Du kannst ja auch einfach Sammerkrieg, weil F in M, weil dir ja egal ist, was für eine Funktion zu machen ist. Das könnte ich auch machen, aber ich schreibe jetzt einfach mal H. Vielleicht hätte ich die Ring-Elemente klein A, klein B bezeichnen sollen oder klein X, klein Y, aber das mache ich ungern, weil ich bin halt aufgewachsen bei Marc, Marc ist algebraischer Gemeter und er hat mir beigebracht, Elemente von Ringen sind Funktionen auf Speck A. Funktionen heißen FG. Gut. Wie auch immer, ich kann euch eine Überdeckung angeben von der 1, nämlich bestehend aus 2 und minus 3. Ihr könnt nachrechnen, dass folgende Bedingung wirklich erfüllt ist und deswegen ist das eine Überdeckung. Ich hätte auch andere teilerfremde Zahlen hinschreiben können. Ich hätte auch die plus 3 nehmen können. Mache ich vielleicht auch. Das ist vielleicht auch ganz interessant für diejenigen von euch, die noch nie eine arithmetische Gemetrie reingeschnuppert haben. Auch Z kann man sich als ein anschauliches Gebilde vorstellen. Viel interessanter als einfach nur die reellen Zahlen gerade, wo man jetzt nur die ganzen Zahlen dick anmalt oder sowas. Und dann kommt raus, dass es einen offenen Teil gibt D von 2 und einen offenen Teil D von 3 und die Decken überdecken gemeinsam alles. Okay. Ich mache noch ein Beispiel dazu. Ich gebe euch eine Garbe auf diesem Ding an und danach kommt die interne Sprache von Toppen. Man muss natürlich nachrechnen, dass das wirklich ein Situs ist. Und wenn man sich wirklich ganz genau hinschreibt, was man da eigentlich machen muss, dann stellt man fest, dass das ein bekanntes Lämmer aus der kommutativen Algebra ist. Eines, was zum Beispiel in Marx Buch über Galloer-Theorie enthalten ist. Auf diesem Situs existiert eine wichtige Gabe, die heißt auch O, geschwungen O, wir machen da mal Index A ran, die geht von C A ob nach Z und sie ordnet jedem F zu den lokalisierten Ring der da. Das ist die Menge der Brüche von dieser Form, wobei eine Evalenzrelation eingeführt ist, nämlich nämlich Einbruch x durch f hoch n zählt als derselbe wie y durch f hoch m genau dann, wenn f hoch r mal f hoch m mal x dasselbe ist wie f hoch r mal f hoch n mal y für ein r größer gleich 0. und diese Gabe hat einen Namen, nämlich das ist die Gabe der regulären Funktionen auf C A oder auf Speck A wie ihr das nennen wollt insgesamt heißt das geometrische Objekt was halt rauskommt das hat nun mal den Standardnamens Speck A meistens nur reserviert für irgendeinen topologischen Raum der das kann so einen gibt es nur in klassischer Logik und jetzt halt als Situs regulär soll jetzt quasi genauso ein Adjektiv sein wie glatt oder stetig auf einer Mannigfaltigkeit haben wir auch nochmal in Übung gesehen gab es die Gabe der zu unendlich Funktionen auf einem topologischen Raum gab es die Gabe der stetigen Funktionen jetzt gibt es die Gabe der regulären Funktion das soll das entsprechende Adjektiv sein für was man in der Algebra verwendet und auf dem offenen Teil oder auf einer offenen Sache f wir stellen uns das als d von f vor gibt es jetzt ein paar mehr Funktionen als nur die Ring-Elemente aus a denn wenn f nirgendwo 0 ist dann sollte ich in der Lage sein 1 geteilt durch f bilden zu können das sollte jetzt als Funktion gezählt werden vorher galt das nicht als Funktion weil es eventuell Polstellen hatte nicht definiert waren ein paar Stellen aber jetzt auf d von f ist es ok und der Ring der mir halt einfällt in dem ich 1 durch f schreiben kann ist dieser lokalisiert dass das durch das Gamaxom erfüllt das ist wieder so ein Lämmer aus der kommunizativen Algebra was auch Mark gemacht hat also wenn ihr euch das wirklich ausschreibt was das konkret bedeutet dann werdet ihr sehen dass das erfüllt ist wenn ihr das schon mal gesehen habt so dann kommen wir jetzt zur Definition der internen Sprache gerade Fragen noch zu sieken ok ich wiederhole nochmal die Bemerkungen die ich schon ein paar Mal gemacht habe wenn ihr trotzdem noch Angst vor Visiten habt dann stellt euch halt immer das Beispiel vor was ich eben weggewischt habe was hier oben stand das was zu einer Örtlichkeit kommt ihr könnt auch nochmal in der letzten Übung nochmal nachschauen steht auch im Skript was dann die Gabenbedingung einfach nur aussagt das war was ganz ganz konkretes und dann liest ihr halt alles was jetzt passiert immer nur für diese Arten von sieken das ist nicht schlimm da kriegt ihr immer noch die interne Sprache die kommt ja immer noch gut zur Bildung ok das ist jetzt Abschnitt 5 glaube ich bin mir nicht ganz sicher die interne Sprache von Popoi zur Erinnerung Popos war einfach nur eine Kategorie von Gaben über irgendein Situs zumindest ein Grotendiktopos war das und dafür machen wir jetzt erstmal alles es gibt noch etwas was ein bisschen allgemeiner ist was Elementartopos heißt aber jeder zweite Topos ist ein Grotendiktopos und es ist gut erstmal damit anzufangen ok sei im folgenden C ein Situs im gesamten Abschnitt dann definieren wir jetzt was eine Formel über ein Objekt aus C ist sei U ein Objekt von C also zum Beispiel eine offene Teilmenge von eurem Lieblingstopologischen Raum ja eine Formel über U ähm 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 lief definiert durch aber ihr habt das schon so oft gesehen das ist jetzt genug das bisschen kürzer zu fassen sie darf beinhalten ähm und sie darf beinhalten oder sie darf auch beinhalten großes und und großes oder also beliebig Mengen indiziert und dann kann ich die beiden vorderen auch wieder weglassen wenn ich will ja äh genauso gäbe es gibt es Top und Bottom die kann ich aber auch weglassen weil das Top ist halt die leere große Konjunktion und Bottom ist die leere ähm ähm Disjunktion ja aber wie auch immer ihr könnt es auch dazu schreiben dann ist für alle okay und auch es gibt es okay und auch die Infektion die wir bisher oft ausgeklammert hatten äh die sind jetzt alle okay und ich glaube ich habe ich alle Zeichen die man normalerweise in Logik verwendet ähm ähm dürfen Sorten vorkommen nämlich als Sorten alle Objekte aus dem Garbentropus Schiefs von C das heißt alle Garben über C wir können das später noch ein bisschen ähm äh bisschen verallgemeinern hier um ein paar mehr Formeln zuzulassen ähm es würde hier genügen C slash U zu schreiben das machen wir aber später ich will euch erstmal so die Basic Form der internen Sprache zeigen ähm ähm manche von euch mögen sehr Mengenlehre äh diejenigen kommen jetzt die werden jetzt vielleicht nervös weil es gibt eine echte Klasse von Objekten ähm mit der Nervosität müsst ihr selbst erstmal rauskommen jetzt also jedes jede Garbe kann ich jetzt ansehen als Sorte ähm als Funktionssymbole alle Morphismen im Topos Morphismen von Garben war einfach ein Morphismus der zugrunde liegenden Funktoren also eine natürliche Transformation wird für das Erste was jetzt aber kommt nicht wichtig sein als Relationen alle Untergaben von Gaben der Form F1 Kreuz ins Weiter bis Fn auch der Punkt wird später wichtig werden und ich schreibe ihn hier zunächst nur zur Vollständigkeit halber trotzdem eine kurze Erklärung wir haben auch mit Relationen bisher nicht so viel gemacht deswegen halte ich das kurz ähm also wenn wir jetzt äh N Sorten uns vorgeben nämlich irgendwelche Objekte aus dem Gabentropos F1 bis Fn dann möchten wir manchmal ähm für Werte von diesen Sorten die Bedingungen formulieren dass sie irgendeine Relation untereinander erfüllen es kann viele Kandidaten für Relationen geben und welche das wirklich sind sind Untergaben von diesen Produktgaben immer wenn so ein N-Tupel von Werten Element von so einer Untergabe ist dann sagen wir die Relation ist erfüllt und sonst nicht eine Sache ist noch wichtig nämlich als Konstanten nehmen wir ähm alle Elemente S in F von U also wenn F eine Garbe ist dann wird F ja eine Sorte von dieser Theorie die wir hier quasi spezifizieren und jedes einzelne Element S von F von U zählt dann als Konstante von dieser Sorte und was wir jetzt machen auf einer Tafel wo genügend Platz ist um das zu tun ist wir werden definieren was es bedeutet dass eine Formel erfüllt ist bitte sehr ich habe jetzt hier also nicht erlaubt dass die auf dem Produkt starten können deswegen sind das jetzt Funktionssymbole immer nur von einer Sorte in andere hätte ich aber machen können und der einzige Grund warum ich nicht gemacht war um es jetzt erstmal einfach zu halten ihr werdet gleich sehen wenn ihr erst mal gleich die Regeln sieht und dann drei Beispiele davon gesehen habt werdet ihr sehen wie leicht es ist die interne Sprache wirklich anzuwenden ich habe die schon ich habe die schon zehn klässlern erklärt das ist wirklich wenn alles runtergekocht hat ist es extrem leicht bitte brauche ich nicht denn nicht phi ist weiterhin als phi impliziert bottom und bottom habe ich ja sogar doppelt wir definieren rekursiv was es bedeutet für eine Formel phi über u erfüllt zu sein zu gelten zu gelten und das schreiben wir dann wie folgt u backslash models phi und jetzt kommen die Klauseln wie das definiert ist diese definition hat einen namen das ist die sogenannte Kripke-Joyal-Semantik gut also jetzt kommt die Klausel das ist jetzt so ähnlich wie bei der Realisierbarkeits Übersetzung nur es ist halt eine die jetzt irgendwie Gebrauch macht von dem Situs c top soll gelten einfach immer soll einfach wahr sein bottom soll gelten genau dann wenn die leere Menge eine Überdeckung von u ist wenn es möglich ist u durch gar nichts zu überdecken eine Konjunktion von ganz vielen Aussagen phi l soll genau dann gelten wenn all die einzelnen gelten eine Disjunktion von Aussagen das wird jetzt absichtlich ein bisschen komplizierter ich schreibe nicht hin für ein l soll die erfüllt sein sondern ich schreibe hin es existiert eine Überdeckung von u sodass für alle p in m gilt dass auf v folgendes gilt nicht verschrecken p oben stern phi l für ein l also anstatt zu fordern was ich prinzipiell hätte auch machen können aber dann nicht das richtige bringt dass einfach auf u eine der formeln phi l gelten soll sage ich es soll eine Überdeckung von u geben durch dann ganz viele kleinere offene sachen sodass auf jeder von diesen einzelnen kleineren offenen sachen jeweils eine der vielen formeln phi l gilt nur nicht phi l sondern p um stern phi l das ist der sogenannte rückzug von phi l längs p und er ist etwas extrem leichtes und zwar dürfen doch als konstanten in dieser formel phi l vorkommen irgendwelche elemente s von f von u so rechts von dem zeichen hier darf aber nur eine Formel über v stehen also müssen Elemente von f von v dran stehen nicht Elemente von f von u zum Glück ist ja Teil des Datums was eine Gabe ausmacht diese Restriktionsabbildungen und die verwende ich um etwaige vorkommende Konstanten in phi l einzuschränken sodass es nur noch Elemente von f von v sind statt f von u ersetze vorkommende Konstanten s aus f von u durch dieses res u v von s was dann eben Elemente von f von v sind so dann haben wir noch implikation das ist wie folgt definiert für alle v nach u in c anders macht es keinen sinn falls falls die zurückgezogene aussage phi auf v gilt dann soll auch das zurückgezogen mit psi auf v gelten so jetzt brauchen wir noch alt quantifikation also wie kompilieren wir das groß f ist dabei eine sorte das heißt eine garbe und wir kompilieren das wie folgt für alle v nach u p und für alle s null aus f von v soll gelten so ich ziehe erst mal die formel zurück dann kommt in der immer noch eine variable vor nämlich das s und diese variable s ersetze ich durch die konstante s null und das letzte ist die existenz quantifikation die ist dann wieder ein bisschen komplizierter mit absicht nämlich die sieht wie folgt aus es existiert so eine Überdeckung von u so dass für alle v nach u in m gilt das da für irgendein s null aus f von v so das war's das ist die angabe der kriptische somatik ich glaube ich habe keinen jung tor vergessen und die rest stunde machen wir beispiele dazu beispiele und aussagen darüber haben so ein ausges was nach der und an an Lasst mich noch schnell in so ein Omnibus-Theorem hinschreiben, welches alle relevanten Fakten zu dieser internen Sprache, wie sie hier definiert ist, zusammenfasst. Also, lasst mich schauen, ob ich die Nimmierung bei 0 oder bei 1 gestartet habe. Bei 1, okay. Gelte Phi auf U, sei P von V nach U irgendein Morphismus in C. Dann gilt auch die zurückgezogene Form. Das sagt also aus, wenn eine Formel gilt auf irgendeinem offenen, dann gilt sie auch auf allen kleineren offenen. Zweitens, sei M eine Überdeckung von U, U irgendein Objekt von C. Gelte V, P oben Stern, Phi für alle, V nach U genannt P in M. Dann auch Phi. Diese zweite Aussage heißt auch Lokalität. Die drückt nämlich anschaulich aus, wenn Phi auf all den Elementen von einer, ich sage jetzt mal, offenen Überdeckung von U gilt, dann gilt Phi auch auf U selbst. Das erste hat auch einen Namen, das ist die sogenannte Monotonie. Wenn etwas auf U gilt, dann auch auf allen kleineren Dingen. Und das dritte ist jetzt das, warum die interne Sprache so geil ist. Gelte Phi auf U. Gelte außerdem, dass Phi irgendeine Formel Psi bedingt in intuitionistischer Logik. Mit allen Regeln, die Gänzenskalkül zu bieten hat. Dann gilt auch Psi. Auf U. Das heißt auch Korrektheit. Das heißt deswegen Korrektheit, weil es ausdrückt, dass intuitionistisches Schließen korrekt ist. In diesem Sinne hier keine Fehler macht. Wenn man schon wusste, dass Phi galt, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil man es nachgeprüft hat, und einen intuitionischen Beweis hat, dass Phi Psi bedingt, dann weiß man jetzt automatisch auch, dass Psi auf U gilt. Und Punkt 3 ist es, der es ermöglicht, Topoi als mathematische Alternativuniversen anzusehen. Wenn ich einen Topos habe und ich frage mich, was gilt in dem, wie sieht die Mathematik in dem aus, stimmt folgende Formel in dem. Dann kann ich mithilfe der kryptischen Dualsemantik die interne Aussage in eine externe übersetzen und dann ganz konkret einfach, das ist auf der Rechtsseite die ganz normale Mathematik, einfach davon nachprüfen, ob das erfüllt ist oder nicht. Wenn ich dann irgendwie herausgefunden habe, okay, das, das und das und das gilt alles in diesem alternativen Universen, dann kann ich jetzt einfach intuitionistische Logik verwenden, um weitere Konsequenzen davon abzuleiten. Wenn intuitionistisch irgendwas impliziert wird, dann weiß ich, das, was impliziert wurde, gilt eben auch in diesem Topos. So kann ich arbeiten in dem Topos. Das Theorem hier wird völlig falsch, wenn man hier klassisch hinschreibt. Und dazu werden wir gleich ganz viele Beispiele sehen. Das ist meine persönliche Hauptmotivation, warum ich mir immer Mühe gebe, Sachen konstruktiv zu zeigen. Sie gelten dann nämlich in allen Topoi, nicht nur im Standard-Topos der Mengen. Und auch in dem gelten sie nur dann, wenn meine Metallurgie klassisch ist. Okay, Beispiel. Ja, das ist leider das hier wegwischen. Wir bräuchten diese Tafel, um das Theorem beweisen zu können. Das ist aber auch nicht schwer. Also wenn man die Definition hat und so, wenn alles aufgesetzt ist, dann ist es eine Routine, das Theorem zu beweisen. Tatsächlich glaube ich, dass es einfach eine Übungsaufgabe wird. Es wird auch eine schöne Übungsaufgabe, da könnt ihr eben einüben. Da könnt ihr eure technische Fertigkeit mit Sieten einüben. Oder mit Örtlichkeiten, wenn ihr euch darauf beschränken wollt. So, lasst uns Beispiele sehen. Bitte. Aha. Ja, die ist auch noch dabei. Danke. Und muss ich auch noch dazu schreiben. Sehr, sehr gut. Sonst kann ich kein interessantes Beispiel formulieren. Wenn ich diese Aussage habe, S und T sind schon Konstanten, also irgendwelche Elemente von F und U. Und ich habe die Aussage, dass die gleich sind, dann meine ich damit, dass die wirklich gleich sind. Okay. 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 Sei X ein, lasst es einfach lassen für den Beginn, ein topologischer Raum. Und sei C die Gabe der stetigen reellwertigen Funktionen. Auf X zur Erinnerung, C von U war dann einfach die Menge aller Phi, Phi ist jetzt schlecht, Alpha von U nach R, sodass Alpha stetig ist. So, und jetzt können wir uns ein paar Beispiele anschauen von Aussagen. Zum Beispiel, ja, können wir uns anschauen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir folgendes hinschreiben. So, was ist da bei Alpha? Dabei ist Alpha irgendeine feste Funktion aus C von U. Also, das da bedeutet, das ist nicht besonders spannend jetzt, ich schreibe das nur nochmal ab, von weiter oben, das bedeutet, dass Alpha wirklich die Nullfunktion ist. Kurzer Check, darf ich das wirklich schreiben? Ja, darf ich, denn rechts von dem komischen Symbol gibt es die Sorte U. Und Konstanten von U, also Konstanten von U sind alle Elemente von C von U zugelassen. Und sowohl diese Funktion Alpha, die ich da hingeschrieben habe, als auch die Konstante Nullfunktion, das sind beides Elemente von C von U. Also, das ist okay. Sorte C, genau. Alpha und Null sind beides Konstanten der Sorte C. Warum mache ich das Beispiel? Weil ich als nächstes dieses hier mache. So, jetzt muss man das umrechnen, ne? Fertig. Und ich mache das jetzt auch kurz. Also, das ist, dann machen wir das nur horizontal, weil sonst da platze ich das recht. Also, das ist per Definition eine Abkürzung für Alpha gleich Null impliziert Bottom impliziert Bottom. Und jetzt tun wir das sukzessive mit der kriptische Generalsemantik umschreiben. Erster Schritt, bei Implikationen nachschauen. Und wir machen das jetzt gleich eben in dem Situs, der von dem topologischen Raum X her kommt, da drückt sich das alles ein bisschen einfacher aus. Das heißt dann einfach, für alle offenen Teilmengen V die Teilmengen von U sind. Und dieses P, das gibt es dann sowieso genau eins, nämlich dieses Sternchen, das wird nicht besonders relevant werden. Für alle offenen Teilmengen V von U, wenn das da, dann das da. Und jetzt vereinfachen wir das halt nochmal. Normalerweise lege ich immer so ein bisschen Wert darauf, nach der Übersetzung nicht Formelsymbole zu verwenden, sondern die entsprechenden deutschen Äquivalente. Für alle, wenn dann. Das wird mir jetzt aber zu mühselig, aus Platzgründen einfach, deswegen schreibe ich jetzt doch wieder Kontoren. Okay, für alle V Teilmenge U und ich lasse das Wort offen weg. Ich will immer nur über offene Mengen. Ja, könnte ich machen, aber es gibt keine nicht offenen Teilmengen. Gut, dann das Umschreiben. Hinten steht dann dran, V, bottom gilt auch V. Wie war das nochmal mit bottom? Bottom hieß, die leere Menge zählt als Überdeckung von dem Ding. Das heißt einfach, V ist die leere Menge. Und was steht jetzt hier dran? Da müssen wir halt auch nochmal die Implikation übersetzen. Das wird dann zu, für alle offenen W in V. Wenn Alpha gleich 0 gilt auf W, dann gilt bottom auf W. Und die beiden Teile können wir auch nochmal vereinfachen. Das bedeutet einfach, dass Alpha 0 ist. Und das, analog wie gerade eben, bedeutet, dass W die leere Menge ist. Jetzt schreibe ich es einfach einmal komplett aus. Das heißt, für alle offenen Teilmengen V von U gilt, sollte für alle offenen Teilmengen W von V gelten, dass auf Alpha gleich 0, eingeschränkt auf W, folgt, dass W leer ist, dann ist schon V leer. Genau. Woher kommt diese komische Einschränkung, die ich kurzzeitig auch vergessen hatte? Die kommt die ganze Zeit daher, weil wir eigentlich diese Pullbacks hier haben, diese Rückzüge. Und wie waren die nochmal definiert? Naja, die waren so definiert, dass ich mich dieser Restriktionsabbildung bemühe, die Teil von dem Datum einer Gabe sind. Und konkret bei dieser Gabe waren die Restriktionsabbildungen definiert als wirkliches Einschränken. Das Res UV von Alpha war definiert als Alpha auf V eingeschränkt. So kommt das jetzt plötzlich. Okay, und das kann man nochmal umschreiben, das wird eine Übungsaufgabe sein, nämlich wie folgt. Die Menge derjenigen X aus Groß X, so dass Alpha von X gleich 0 ist, das ist ja irgendeine... Aus U, danke, sonst gibt es keinen Sinn. Danke. Das ist ja irgendeine... eine Teilmenge von Punkten. Und jetzt... Entschuldigung, ich schreibe das nochmal anders. Ich vereinige ganz, ganz viele offene Teilmengen Z von U. Nämlich diejenigen Zs, so dass Alpha auf Z 0 ist. Okay. Diese Menge, das ist jetzt wieder irgendeine Teilmenge von U. Und ich sage, die liegt schwach dicht in U. So, was bedeutet schwach dicht? Schwach dicht bedeutet das, was in der Zeile drüber mehr oder weniger steht. Es gibt halt in Konstruktiveologie zu unterscheiden zwischen schwach dicht und stark dicht. Hier kommt schwach dicht raus. Der letzte Schritt muss euch erst kümmern, wenn ihr das Übungsblatt dann macht. Da wird dann auch schwach dicht wirklich formal definiert sein. Ich will euch sagen, was das hier jetzt anschaulich macht. Stellt euch vor, der topologische Raum X sei die reelle Zahlengerade, R hoch 1. So, und sei irgendeine... Funktion gegeben, zum Beispiel diese hier. Das sei Alpha. Dann kurzer Check. Und zwar ist sie auf U definiert und U geht von dort bis dort. Das ist U. Dann kurzer Check. Ist diese Aussage erfüllt in der Entfernsprache? Nein. Denn es stimmt nicht, dass Alpha-Konstant die Nullfunktion auf U ist. So, und ich glaube, ich merke gerade, dass ich mit meinem Nichts um 1 versetzt bin. Ich wollte nämlich darauf hinaus, dass diese Aussage erfüllt ist. Und das ist sie auch nicht. Tut mir leid. Ich wollte... Ja, das habe ich jetzt ein bisschen verbockt. Ich wollte einfach einen Schritt vorher machen. Ich wollte euch auch die Übersetzung angeben von Alpha ist ungleich Null. Die hatten wir schon. Die stand da dran. Aber ich tue sie nochmal rausklamüsern, so wie ihr sie gut seht. Alpha ist ungleich Null. Davon die Übersetzung war für alle offenen Teilmengen. Falls Alpha auf V eingeschränkt Null ist, dann ist V leer. Gut. Das hatten wir hier als Teil schon mal gesehen. Okay. Und von diesem Alpha, was wir hier an der Tafel haben, dafür gilt, es ist nicht Null aus Sicht der internen Sprache. Das hat schon ein paar Nullstellen. Ich sehe drei. Aber trotzdem aus Sicht der internen Sprache zählt es als ungleich Null. Wir müssen das nur nachprüfen. Hier steht da die Übersetzung dran. Und dann sehen wir das sofort. Wenn wir irgendeine offene Teilmenge, offene Teilmenge von U haben, auf der Alpha konstant Null ist. Welche offenen Teilmenge gibt es denn, auf denen Alpha konstant Null ist? Offene Teilmenge. Alpha ist Null an drei Stellen. Hier, hier und hier. Aber jede offene Teilmenge von U, wenn sie nicht leer ist, enthält auch immer Fragmente von Alpha, wo Alpha ungleich Null ist. Das bedeutet, es gibt nur eine einzige offene Teilmenge, sodass Alpha auf diese Teilmenge eingeschränkt konstant Null ist, nämlich das ist die leere Menge. Und das wurde da auch behauptet. Gut. Und zurück zu diesem Beispiel. Also diese Funktion ist kein Beispiel für eine Funktion, die nicht nicht Null ist. Und das könnte auch gar nicht sein, denn konkret für diese Gabe C folgt mit Wissen aus der Anna 1, das ist jetzt kein Übersetzungsschritt mehr, sondern einfach eine Konsequenz mit Mathematik, dass Alpha Null ist. Denn wenn die Menge der Nullstellen schwach dicht liegt in U und die Funktion stetig ist, dann ist die Funktion überall Null. Und was wir damit gesehen haben, mit dieser Überlegung aus der Anna 1, ist folgende interessante Information. Wir haben gesehen, auf ganz X gilt folgendes, für alle Alpha aus C, wenn Alpha nicht nicht Null ist, dann ist Alpha Null. Wenn in der internen Sprache klassische Logik gelten würde, dann wäre das nicht aufhebenswert. Das wäre eine Konsequenz von Lem. Aber es gilt ja konstruktive Logik. Also Lem gilt nicht pauschal. Doppelnegationselemention Out gilt nicht pauschal. Aber für diese Sachen schon. Und das ist jetzt was Besonderes von der Garbe C. Was diese Beispiele jetzt einfach ausdrücken sollten, war, ich wollte euch zeigen, wie man konkret im Falle von Örtlichkeiten oder topologischen Räumen diesen Übersetzungsapparat verwenden kann. Es war nicht besonders tiefsinnig. Eine interessante Sache haben wir vielleicht gesehen, nämlich, dass diese interne Formulierung ausdrückt, dass Funktionen, wenn sie auf dichten Teilmengen Null sind, dass sie dann schon überall Null sind. Aber ansonsten sollte das jetzt nichts irgendwie krasses sein, sondern einfach euch zeigen, wie man Sachen übersetzt. Ja, das wäre eigentlich ganz schön, genau. Ich merke das einfach an. Folgende Aussage stimmt nicht in dieser internen Sprache. Nämlich, für alle Alpha aus C gilt Alpha ist Null oder Alpha ist Ungleich Null. Ungleich ist dabei definiert als, ist nicht der Fall, dass Alpha Null ist. Wie sonst auch. Ich, was sind da vielleicht weg? Ja, Xa? Wenn du weißt, wenn du x groß bist, dann heißt du einfach, x wirklich als Teil. Ja, genau. Links vor dieses Zeichen muss ich ja irgendein Objekt des Situs schreiben. Der Situs ist jetzt der, der vom topologischen Raum herkommt und der hat als Objekte all die offenen Teilmengen von x. Und x ist eine offene Teilmengen von x. Ja, das ist richtig. Das schreibe ich dann nachher als Lemma noch an. Gut, Rechtfertigung für das da. Ja, dieses Durchgeschnitteilchen heißt einfach nur, dass das, was da stünde mit dem, ohne den Durchgeschnitteilchen, dass das nicht korrekt ist. Ja, das heißt einfach ein Negationszeichen vorne. Okay. Dazu machen wir ein Beispiel. Und zwar gebe ich euch explizit eine Funktion an. Folgende. Und zwar, ich kann eigentlich auch wieder dieselbe, nein, das kann ich nicht. Ich verwende jetzt folgende Funktion Alpha. Der Raum x wird aber wieder R auf 1 sein. Folgende Funktion. Macht irgendwas. Ist dann konstant 0 für eine Zeit lang und macht wieder irgendwas. So, das ist auf jeden Fall eine stetige Funktion. Sie ist nicht, so wie ich es jetzt gezeichnet habe, ist sie nicht differenzierbar hier, aber es ist egal. Hier, da rechts, ja. Ist halt ein bisschen übermütig. Gut. Und da ist es auch gefährlich, gell? Aber gerade noch richtig, glaube ich. Lass uns mal schauen, was es bedeuten würde für x, dass da folgende Aussage gilt. Alpha ist 0 oder Alpha ist ungleich 0. Das würde heißen, wie wird denn der oder die Dissunktion übersetzt? Das war mit diesen Überdeckungen. Und wie heißt das konkret jetzt bei Örtlichkeiten? Das würde heißen, es existiert eine offene Überdeckung, sodass für alle i gilt Alpha ist 0 auf ui oder auf ui gilt die Aussage, dass Alpha ungleich 0 ist. Was waren diese beiden Teilaussagen jeweils übersetzt? haben wir beides schon kennengelernt. Das hat bedeutet, dass Alpha eingeschränkt auf ui 0 ist. Und das hat bedeutet, darf ich so etwas schreiben wie Alpha ist auf keinem Teilstück von ui 0. Das wird korrekt, wenn man Teilstück versteht als nicht leere offene Teilmenge. Meinetwegen schreibt es dazu. Auf keinem nicht leeren offenen Teilstück. Die wörtliche Übersetzung stand hier und die drückt aber genau das aus. Das einzige Teilstück, auf dem Alpha doch 0 ist, ist das leere Teilstück. So, jetzt schauen wir mal, ob das erfüllt ist für diese Funktion Alpha, ganz konkret. Schauen wir mal, ob es irgendeine Überdeckung gibt, ob wir die einzeichnen können, sodass für jedes Element der Überdeckung der linke oder der rechte Fall eintritt. Wir sehen aber, das geht nicht. Denn angenommen, es gäbe so eine Überdeckung, dann wäre ja irgendwo in dieser Überdeckung wäre auch dieser Punkt hier vorne. gerade hier so der linkeste Punkt vor, wo es konstant noch ist. Der ist ein Punkt und aus x und wäre da enthalten in einem der vielen UIs. Dann müsste der linke oder der rechte Fall gelten. Der linke Fall würde ausdrücken, dass auf dieser ganzen Umgebung Ui, also auch noch ein bisschen links und rechts von diesem Punkt, die Funktion konstant 0 ist. Das ist nicht der Fall, denn ein bisschen weiter links davon und jede offene Menge, die diesen Punkt enthalten, reigt auch ein bisschen weiter nach links noch rein, ist ja die Funktion nicht 0, da ist ja schon da oben. Okay, und der rechte Fall ist aber auch nicht gegeben, denn es gibt schon kleine Teilstücke von diesem winzigen Intervall Ui, was diesen weißen Punkt enthält, wo die Funktion nicht, wo die Funktion doch 0 ist. Wenn zum Beispiel das dieses Ui ist, dann wäre in diesem winzig kleinen Teilstück hier, da wäre die Funktion konstant 0. In Widerspruch zu dem, was da steht. Das heißt, wir sehen, keiner der beiden Fälle kann erfüllt sein. Und daher sehen wir, dass diese Behauptung, die da oben stand, nicht richtig war. Und wenn ihr euch überlegt, wie das mit dem für alle Quantor nochmal ging, die Definition stand dran, dann seht ihr auch, dass diese Aussage nicht erfüllt ist. Das zeigt also, dass die Beschränkung auf konstruktive Logik nichts ist, was man sich ausgedacht hat, weil man irgendwie einen theoretischen Fetisch auf konstruktive Logik hat, sondern es ist einfach ein Fakt des Lebens, dass sogar in einer klassischen Meta-Logik die interne Sprache von den allermeisten Topoi nun mal Lem nicht mitmacht. Lem würde Alpha gleich 0 oder Alpha ungleich 0 implizieren, aber das ist halt nicht erfüllt in diesem Modell, wie diese Gegenbeispiel-Funktion zeigt. Ich zeige euch noch zwei Beispiele. sei jetzt x konkret c mit der normalen euklidischen Topologie. Sei Alpha ein Element hiervon. Was ist das c-Index c? Das ist nicht die Gabe der stetigen reellwertigen Funktionen, sondern die Gabe der stetigen komplexwertigen Funktionen. Die Definition ist genauso wie hier, nur dass hinten c steht. Wenn ihr wollt, ändere ich diese Definition nachträglich ab. Schon habt ihr die Definition von der Gabe c-Index c. So. Und jetzt sei das konkret folgende Funktion. Alpha von s gleich s. Die ist ja wohl stetig. Das ist die Identitätsfunktion. So. Dann stimmt folgendes nicht. Es gibt eine Zahl z aus der Gabe cc, sodass z² gleich Alpha ist. Das werden wir jetzt gleich sehen, warum. Das wird ein ganz bekanntes Faktum aus der Funktionentheorie widerspiegeln. Und es ist so ein bisschen bedenklich, denn was wir noch lernen werden, ist, diese Gabe cc, das war nicht einfach nur irgendeine Gabe, die ich hier definiert habe, sondern wir werden auch lernen, wie man innerhalb der internen Sprache Konstruktionen durchführen kann. Aus gegebenen Sorten neue Sorten bauen. Die Sorten fühlen sich übrigens einfach an wie Mengen aus Sicht der internen Sprache. Und dann kann man insbesondere in der internen Sprache einfach die Menge der komplexen Zahlen bauen, indem man nämlich erstmal die Menge der dedekindriellen Zahlen baut und dann Kreuzprodukt mit sich selbst nimmt, Kreuzprodukt, da dann die Körperstruktur für komplexe Zahlen auspackt. Und dann wird rauskommen, genau die Gabe cc, um die es hier geht. Und man könnte denken, die komplexen Zahlen sind algebraisch abgeschlossen. Man könnte also denken, diese Polynomgleichung hier hat eine Lösung. Es gibt eine z, was quadriert Alpha ist. Das könnte man denken, denn klassisch ist das ja auch so. Aber wir sehen, konstruktive Mathematik reicht nicht aus, um das zu beweisen, weil wenn es konstruktiv beweisbar wäre, dann wäre das ja hier richtig. Und es ist nicht richtig. Das Bild kommt dazu und gleich noch eine andere Bemerkung kommt auch, nämlich wir könnten die Aussage ja auch doppelt negieren. Bisher war das für uns immer irgendwie so eine konstruktive Subtilität, unter der wir uns nicht so ganz richtig was vorstellen konnten, weil das heißt es schon nicht, da bin ich doch gewohnt, das zu kürzen. Und jetzt wird das eine viel konkretere Bedeutung haben und diese Gelände gleich kennen. So, warum ist diese Aussage hier nicht erfüllt? Das können wir sofort einsehen, indem wir halt uns die Mühe machen, die Aussage zu übersetzen. Also das da übersetzt lautet, es existiert eine offene Überdeckung von x, also von c, durch ganz viele offene Teilmengen Ui, sodass für alle i jeweils, sodass für alle i eine Funktion zi aus c, c von Ui mit c, i Quadrat gleich Alpha, jeweils, Alpha, das hinten eingeschränkt, auf Ui existiert. Das ist die Übersetzung mit der kryptischen Joyal-Semantik. So, und das, was da steht, das ist nicht erfüllt. Das ist eine falsche Aussage. Warum? Das ist ein Plot von x. Da haben wir die Null ganz in der Mitte. Angenommen, es gäbe so eine Überdeckung von x, also von c, dann wäre ja in einer der vielen Überdeckungsmengen wäre ja die Null enthalten. Nennen wir diese Überdeckungsmenge Ui. Diese hier vielleicht. Das heißt, es gäbe eine stetige Funktion, stetig, auf ganz Ui definiert, sodass, wenn wir sie punktweise quadrieren, dass dann die Funktion Alpha rauskommt. Was heißt das ausgeschrieben? Das heißt, zi, wenn wir diese Funktion s einsetzen und dann quadrieren, dann kommt wie immer s raus. Und zwar für alle s aus Ui. Aber, man lernt in der Funktion Theorie, dass es so eine Funktion nicht gibt. Das Argument ist wie folgt. Ich zeichne hier mal noch so einen kleinen Kreis ein. Ich starte hier bei der, quasi bei der Zahl 1, nur ein bisschen kleiner skaliert. Ich werde das jetzt aber 1 nennen. So, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, welchen Wert zi an dieser Stelle haben könnte. Denn quadriert muss ja wieder 1 rauskommen. Das heißt, zi an dieser Stelle kann den Wert 1 haben oder minus 1. Sagen wir mal 1, nur für das Argument. Ihr müsst die zweite Überlegung halt dann zu Hause machen. So, angenommen, zi hat an dieser Stelle den Wert 1. Dann können wir jetzt das s ein bisschen nach oben verschieben lassen, so bis hier. Und für den Wert von zi an dieser Stelle gibt es wieder a priori zwei Möglichkeiten. Aber wenn der stetig sein soll, dann muss zi von dieser Stelle s diese Wurzel sein, die dort liegt, nicht die gegenüberliegende. Weil wir uns eben am Anfang geeinigt hatten. So, und wenn ich jetzt einmal komplett rumgehe, dann wird es aus Stetigkeitsgründen so sein, dass wenn ich ganz knapp vorher mir anschaue, was der Wert von zi in diesem Punkt ist, dass es halt dieser Punkt sein wird. Das heißt, die Funktion zi wird einen Punkt abbilden, der knapp unterhalb der x-Achse liegt, auf diesem Punkt hier. Und wenn ich dann aber nochmal weiter zu 1 gehe, da habe ich ja schon gesehen, oder das war dieser Fall oder Belegung, dass er halt die Punkte, ich stelle 1 hier auf 1 abbildet. Also die Funktion doch nicht stetig. Widerspruch. In der Funktion-Theorie heißt das einfach, es gibt keine Wurzelfunktion auf jeder noch so kleinen Umgebung, der offenen Umgebung der Null gibt es keine Wurzelfunktion. Keine stetige. Das drückt das aus. Mit dem Nicht-Nicht dagegen wird es korrekt. Das Nicht-Nicht führt nämlich dazu, so ähnlich wie da unten, dass das abgeschwächt wird, sodass das nur noch auf einer dichten, offenen Teilmenge gelten muss. Es wird eine Übungsaufgabe sein, dass er das bestätigt. Das heißt, es existiert eine Menge keine Ahnung A in X, die schwach-offen ist, äh, die schwach-dicht ist und offen. Schwach-dicht und offen. Sodass auf A diese Aussage gilt. Es existiert ein Z aus C C, 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 sodass Z-Quadrat Alpha ist. Gut. Und auf einer offenen, äh, und wir finden so in der Tat so eine schwach-dichte offene Teilmenge, nämlich, wir nehmen den Ursprung raus. Das ist schwach-dicht. Und dann können wir das da beweisen, wir müssen den restlichen umgebenden Raum nur durch ganz kleine Bälle überdecken, die jeweils nicht eine Konnexion und komplette Umrandung enthalten. Dort können wir jeweils irgendeine Wurzelfunktion drauf definieren. Die werden an den Überlaps nicht miteinander zusammenpassen, müssen sie aber auch nicht. Hier ist keinerlei Kompatibilität gefordert. Gut. Jetzt schreibe ich noch eine Sache hin und das war's dann. Noch ein Beispiel. Sei c folgende Kategorie. Nur ein Punkt und ein Identitätsmorphismus, mehr nicht. Das ist die gesamte Kategorie. Sei c zu einem Situs gemacht. Wie früher erklärt, das heißt, es gibt von dem einzigen Objekt gibt es genau eine Überdeckung, nämlich die, die nur aus Identität besteht. Dann ist es insgesamt Situs. Und dann gilt folgendes. Das da, das ist eine Aussage über die interne Sprache und das gilt genau dann, wenn phi im üblichen Sinne gilt. Also in phi kommen ja irgendwelche logischen Zeichen vor und die möchte ich da hinten einfach ganz normal verstehen, nicht kriptischal oder so, sondern einfach so. Falls ihr gerade nervös werdet wegen Tarski, sehr gut, dann habt ihr was gelernt. Können wir später diskutieren, nur jetzt habe ich ja nur noch 0 Minuten, deswegen nicht mehr. Hier noch eine Anmerkung, warum man das, warum das, also, um das noch zu amplifizieren, die Gaben auf dieser Kategorie, die sind einfach nur gegeben durch einzelne Mengen. So eine Garbe f, die ist normalerweise eine Ansammlung von ganz vielen Mengen, je eine Menge für jede offene Teilmenge des Raums oder so, aber hier gibt es ja nur ein einzelnes Objekt und das legt die Gabe schon vollständig fest. Ja, das wird eine Kategorie in Equivalenz. Jedenfalls zeigt das, dass ihr euer gesamtes Leben schon mit der internen Sprache von Tobi gearbeitet habt, ohne es zu realisieren, ohne es zu bemerken, denn wenn ihr ganz normal Mathe gemacht habt, hier rechts, viel im üblichen Sinn, dann habt ihr offiziell auch schon über Gaben gesprochen, aber halt über Gaben über diesem Situs und dann wäre jeweils genau dasselbe Reise gekommen, wie wenn ihr die interne Sprache von diesem Situs verwendet hätte. Weil diese Kategorie nur aus einem Punkt besteht, aus einem Objekt besteht, sagt man auch, eine übliche Mathematik ist Mathematik über dem Punkt. Dagegen das da war Mathematik über x und das werden wir noch stark aufbauschen. Ihr werdet schöne Übungsaufgaben dazu sehen, wo man zum Beispiel ganz explizit dann sieht, dass der Zwischenwertsatz falsch ist, wenn man ihn nicht ordentlich formuliert, so wie wir das besprochen haben. Wir werden, das könnt ihr auch selbst auf dem Übungsblatt machen, wir werden Benes Frage klären. Bene fragte sich daher, warum, beim Zwischenwertsatz, warum ist das mit einem kleiner gleich plötzlich stabil? Das sieht auch immer noch instabil aus, das hat eine präzise Bedeutung jetzt, die wir verstehen können mit dieser Sprache. Und wir werden sehen, wie man OBDA vorgeben kann, dass jeder Ring ein Körper ist. Zum Beispiel, wie man das ausnutzen kann, um dann Sachen zu beweisen. Vielen Dank.